Diesen Robert Lewandowski werde ich mir heute 16 Uhr höchstwahrscheinlich, ich weiß noch nicht ganz ob es bei 16 Uhr bleibt, es könnte auch sein, dass es sich ein bisschen um paar Minuten verschieben wird, äh bin ich mir noch nicht sicher, äh das könnte nämlich passieren, aber wie schon gesagt, ich werde heute bis zum Erzgebirge-Aul, äh ja, Spiel streamen, das wird auf jeden Fall so sein und wir werden Robert Lewandowski Toti abholen, noch weitere Packs hier auch durch den Toti Pass öffnen können, Mittelfeldspieler, äh Verteidigerspieler, Angreifer, äh Kapitel natürlich und natürlich auch die U-Tots Punkte, U-Toti Punkte hier, äh ich sag immer Tots Leute, ähm hier werde ich 4 Packs öffnen, die restlichen 4 hebe ich mir für den Stream am Montag auf, das heißt, wir haben hier die Chance auf 90+, wäre natürlich zu wild, ähm was natürlich auch zu wild wäre, wäre wenn wir hier im Shop wirklich einen davon ziehen könnten, von den U-Totis, ich begehe jetzt mal überhaupt nicht davon aus, ich denke mal, hier wird eh keiner was ziehen, weil Leute schaut euch einfach die Chance an, die Chance dazu liegt bei 0,99%, ich werde wahrscheinlich im Stream mit euch gemeinsam die ersten beiden Angebote hiervon holen, natürlich nicht nachmachen, ist ja ganz klar, ist ja alles, ähm, ist ja alles hier ein bisschen was mit Geld und so, also macht das auf keinen Fall zu Hause nach, ähm, hier Toti Pass kommen wir weiter, äh, vielleicht werde ich da auch den schmalen 50er investieren, dass wir nach, ah, vielleicht zu den Stürmern kommen, ich bin mir nicht sicher, wer wird auch alles sehen und, ja, Leute, also seid auf jeden Fall gespannt, es wird zu wild, wir sehen uns später, 16 Uhr oder ein bisschen später.